Ein recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich liebe Literaturfreunde, ich darf Sie auch im Namen der Mitarbeiter der Lenkfelschen Buchhandlung ganz herzlich begrüßen. Mein besonderer Gruß geht natürlich heute Abend an Herrn Höller, den Komponisten, der wunderbaren Opermeister und Margherita und ich glaube, wir alle freuen uns, wenn wir die Wiederaufnahme in der Oper erleben dürfen. Als zweites möchte ich Herrn Kehren, den Dramaturg, Chefdramaturg der Kölner Oper begrüßen, der immer die wunderbarsten Einführungen zu allen Opern macht und ich genieße es immer, ihn zu hören. Ja, und last not least kennen Sie ja unseren genialen Vorleser Helge Heinold, der wird uns heute aus diesem wunderbaren, hochinteressanten und tollen Buch vorlesen, eine Passage, nicht komplett, das komplette Buch dürfen Sie dann selbst lesen. Nun wünsche ich Ihnen einen sehr interessanten Abend und Herr Kehren, Sie wollen auch ein bisschen Einführungen. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Frau Laf und auch herzlichen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben, was wir jetzt heute hier gemeinsam erleben. Es ist für uns von der Oper Köln und da spreche ich auch im Namen der anwesenden Intendantin Birgit Meier eine große Freude, hier an diesem Ort so eine würdige Soiree, ganz im Zeichen dieser Neuproduktion von Jörg Höllers Oper Der Meister und Margarita zu starten. Gleichzeitig, außer dass wir immer die Atmosphäre hier in diesem Literaturladen genießen, ist es für uns von der Oper dann auch nochmal eine Gelegenheit, etwas näher an unsere eigentliche Heimstätte, nämlich den Offenbachplatz, heranzurücken. Ja, ein Ort, mit dem wir alle und wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen sehr viel verbinden und so schön es im Staatenhaus ist und so produktiv und spannend und kreativ, so ist natürlich der Gedanke immer die Frage, wie geht es denn da eigentlich weiter. Ich bin gerade da vorbeigelaufen, ich hatte das Gefühl, dass da so ein gewisser schwarz gekleideter Herr, vielleicht ein Professor der Magie mit einem Kater, der eine sehr menschliche Gestalt hatte und noch zu einigen skurrilen Gestalten in Richtung Baustelle gelaufen ist. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was Schlechteres kann es eigentlich nicht bedeuten, als bisher der Fall war. Vielleicht bringt diese Truppe die ganze Angelegenheit am Offenbachplatz ja etwas voran. Ja, es ist ein wichtiger Ort für uns und dort hat ja auch 1991 die deutsche Erstaufführung der Oper Der Meister und Margarita stattgefunden. Jörg Höllers Oper und auch für ihn bedeutete dieser Ort zu diesem Zeitpunkt auch schon viel. Er war nicht zuletzt auch Zeuge der wichtigen Uraufführung am 15. Februar 1965 bei Bernd-Aluis Zimmermanns Die Soldaten. Jörg Höller war im Publikum. Bernd-Aluis Zimmermann war sein Lehrer. So setzte sich die Linie weiter fort und diese Oper Der Meister und Margarita darf als eines der wichtigsten zentralen Opernwerke des ausgehenden 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Es hat bislang kompliziert in der Aufbereitung, nicht leicht zu machen, nicht jedem Haus zuzumuten, noch nicht so viele Produktionen dieses Werks gegeben. Da war die Uraufführung 1989 in Paris unter der musikalischen Leitung von Lothar Zakrosek mit der Regie von Hans Neuenfels. Dann hier die deutsche Erstaufführung in Köln 1991. Ebenfalls wieder Lothar Zakrosek am Pult und Friedrich Mayer-Ortel als Regisseur. Dann gab es nur noch eine weitere Neuinszenierung vor wenigen Jahren in Hamburg. Und nun haben wir, und da spreche ich wieder auch für Birgit Mayer, uns entschlossen, gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt auch im Sinne einer auslaufenden Ära, die gerade stattfindet, diese Oper ins Programm zu nehmen, die so universelle Themen unserer Zeit und jeder Zeit streift. Und auf einem großen, aufregenden, zentralen Roman, nämlich dem gleichnamigen Der Meister und Margarita von Michael Bulgakov beruht. Als wir uns dazu entschlossen haben, diese Oper, die jetzt unter der Regie von Valentin Schwarz stattfinden wird, der ja im Übrigen diesen Sommer auch bei dem Lothar Festspielen seine Neuinszenierung des gesamten Ringes des Nibelungen, alle vier Opern vorstellen wird. Unter seiner Regie jetzt diese Neuproduktion der Meister und Margarita vorzustellen mit André de Ritter am Pult. Da konnten wir zu dem Zeitpunkt, als wir es ins Programm nahmen, gar nicht ahnen, in welche Zusammenhänge eines brisanten zeitpolitischen Geschehens wir uns da bewegen würden. Durch die weltpolitischen Verwerfungen, sprich Putins Aggression, sprich durch den Krieg. Denn unabhängig davon steckt in dieser Oper, in diesem Werk so viel drin, was zeitlos uns alle betrifft und diese Welt betrifft. Es sind so viele Bezüge in diesem Werk und auch in der Oper Jörg Höllers zu den Themen, die uns gerade schockieren und beschäftigen und die wir jetzt jeden Tag mitbekommen. Nehmen wir nur die Biografie von Michael Bulgakov. In dieser Biografie spiegeln sich alle Verwerfungen der sowjetischen Geschichte, russischen Geschichte, ukrainischen Geschichte, wie man es nimmt. In seinem frühen Roman Die Weiße Garde, da schildert er den Bürgerkrieg, den Bürgerkrieg 1918 bis 1921 und zeigt dabei, wie die Menschen und deren Schicksale zerrieben werden zwischen den verschiedenen kämpfenden Fronten, sei es der Bolschewiken, also der Roten Garde, sei es der ukrainischen Nationalisten und der Simon Petljura oder aber der Weißen Garde, der sogenannten Bürgerlichen, denen er in diesem Roman Die Weiße Garde viel Sympathie eben auch entgegenbringt. Ja, sein gesamtes Leben spielte sich innerhalb dieser Verwerfungen der Geschichte ab. Er ist 1891 geboren in Kiew und Kiew war sozusagen seine geliebte Stadt. Das war die Stadt, in der er nicht nur geboren wurde, sondern auch der Aufwuchs, wo er auch seine ersten Berufsjahre als Arzt verlebte, um dann ab 1921, da war er knapp 30, als Literat und Theatermann in Moskau tätig zu sein. Aber dort auch immer wieder den Schikanen und den Zurücksetzungen durch die politisch gelenkten Funktionäre des offiziellen Literaturbetriebs ausgesetzt. Immer wieder erhoffte er, Bulgakov, sich in diesem Zusammenhang Unterstützung vom großen Führer höchstpersönlich, von Stalin. Und die bekam er mal ein bisschen, da wurde dann mal ein Aufführungsverbot zurückgenommen, aber dann wurde das wieder rückgängig gemacht, dann wurde er wieder an der langen Leine gehalten. Das heißt, es war eine aufreibende, eine von vielen Fragen, engsten Zweifeln besetzte Zeit. Und trotzdem wollte er sich den Glauben nicht nehmen lassen, dass das eigentliche Hauptübel doch wohl die heuchlerischen Vertreter der Bürokratie seien und nicht so wirklich der große Führer selbst. Das heißt, sein gleichwohl distanziertes Verhältnis zu Stalin war durchaus ambivalent. Aber aus der Live-Situation einer erlebten Geschichte stellt sich so etwas eben immer ganz anders dar, als mit dem Sicherheitsabstand von Jahrzehnten, der dazwischen liegt, der uns dann doch ein endgültiges Bild über eine geschichtliche Person, wie es Stalin ist, abliefert. Der Roman Der Meister und Margareta darf heute ohne weiteres als einen Klassiker der Literatur des Surrealen und des Fantastischen bezeichnet werden. Er ist entstanden über einen Zeitraum von zehn Jahren, also zwischen 1929 bis 1940. Das ist dann gleichzeitig auch das Todesjahr Michael Bulgakovs, denn er starb ja schon 1948, 48 jährig, seelisch sehr demoralisiert, nicht zuletzt sicherlich auch durch diese schwierigen Zurücksetzungen, die er hat erleben müssen, körperlich verbraucht, zuletzt sogar erblindet und an einer Nierensklerose. Zehn Jahre der Entstehungszeit dieses Romans. Das bedeutete, diesen Roman gab es immer wieder in verschiedenen Fassungen. Das heißt, er hat verschiedene Fassungen entwickelt und wie ich gerade neulich erst gelesen habe, war die eigentliche Liebesgeschichte, also die Geschichte zwischen dem Meister und Margareta eigentlich etwas, was fast zuletzt in diesen Romaneingang gefunden hat. Ursprünglich sollte dieser Roman wohl der Huf des Ingenieurs heißen und sich in erster Linie um diese Teufelsscharaden, die jetzt auch innerhalb dieser Handlung vertreten sind, drehen. Also der Meister und Margareta als Liebesgeschichte nun titelgebend für diesen Roman und natürlich auch ein ganz starker autobiografischer Verweis Bulgakovs, den man unschwer natürlich in diesem als Meister bezeichneten Verfasser eines Romans erkennen kann. Das heißt, Verfasser eines Romans, ein bislang, also der Meister, ein bislang unbeschriebenes Blatt, der sich dazu entschlossen hat, ein Buch zu schreiben und dieses Buch dann einem Verbot ausgesetzt sieht und sich selbst als Opfer einer Rufmordkampagne. Das heißt, die Gestalt des Meisters spiegelt in vielen Aspekten die Mikhail Bulgakovs Situation wieder mit seiner Frau Jelena an der Seite, die für ihn gekämpft hat, um ihn gekämpft hat, so wie es Margareta auch im Roman in Hinsicht auf ihren Meister eben tut. Und dieser Zusammenhang der Liebe, die da dann nun diesem Werk den Titel gibt, der Meister und Margareta, das lässt natürlich auch den Bezug zur Oper aufscheinen und da darf man sagen, Michael Bulgakov würde sich sicherlich sehr für die Oper von Jörg Höller interessiert haben. Zunächst einmal, weil es sich dabei um seinen Roman handelt, der zu einer Oper wird, zum anderen aber, weil er generell ein ganz großer Liebhaber des Genres Oper war. In seiner Jugend träumte er selbst davon, Opernsänger zu werden und es ist überliefert, dass er, seine Lieblingsoper war wohl Faust von Gounod, also jene Oper Faust, die auch zuweilen unter dem Titel Margarete läuft, dass er diese Oper allein im Sommer 1911 gemeinsam mit seiner damaligen Verlobten allein zwölfmal besucht hat, also innerhalb einer Saison. Und diese Geschichte von Faust und Margarete, die verweist natürlich unschwer an diesen seinen Stoff vom Meister und von Margareta. Das heißt, wir haben auch hier wieder sozusagen eine im weitesten Sinne faustische Gestalt, eine Frau dabei, Margarete hier, dann also Margareta und eine Frau, die nun in dem Zusammenhang von Bulgakovs Roman ihren Meister, ihren Geliebten erlöst, rettet. Und zwar, indem sie nun also, anders als bei Goethes Faust, einen Pakt mit dem Satan höchstpersönlich eingeht. Das heißt, sie setzt alles aufs Spiel, sie geht Hand in Hand mit dem Satan, entschließt sich zum Äußersten und versucht damit, ihren Meister zu retten. Das ist der Bezug, der uns in das Feld der Oper verweist, aber immer wieder, und das ist auch Jörg Höller natürlich schon bei seiner ersten Lektüre damals dieses Romans aufgefallen, es sind so viele musikalische Verweise in diesem Roman, Erwähnungen von Eugen Onyegin oder auch handelnde Figuren, die den Namen von Komponisten tragen, Berlioz, Stravinsky, Rimsky, Korsakov, Bezüge, Mannigfaltig. Der Roman selbst. Die meisten von Ihnen werden mir zustimmen und werden es wissen. Es ist ein Roman, der einerseits einen hohen poetischen Wert hat, der virtuos mit surrealen Elementen spielt, der andererseits bitterböse ist, gleichzeitig auch wieder rührend und der gleichzeitig eine absurde Witzigkeit eben auch hat. Es ist ein wahnsinnig komischer Roman, denn wenn man über ihn spricht, denkt man erst, ja, das ist eine wahnsinnig ernste Angelegenheit, aber es ist eben satirisch böse und eben extrem witzig. Der Roman spielt in Moskau, in der Hauptstadt Russlands in den 30er Jahren, das ist die Ära, die wir heute als die Stalin-Ära bezeichnen. Und er zeigt in vielen einzelnen Kapiteln, 33 insgesamt, das sind genau so viele Kapitel, wie Jesus Christus Lebensjahre erlebt haben soll, 33, also in 33 einzelnen Kapiteln zeigt er uns, wie da die Bürgerinnen und Bürger dieser Hauptstadt eigentlich unentwegt die Idee des Kommunismus verraten. Die Idee des Kommunismus verraten, indem sie sich als kleinkariert, neidisch, verlogen, heuchlerisch, denunziatorisch, anpasserisch, karrieristisch oder auch einfach nur als geldgeil erweisen. Zwei Ausnahmen gibt es. Und das ist zum einen der schon benannte Meister, das heißt ein Mensch, ein bislang zurückgezogen haben, der Intellektueller, der diesen Roman verfasst hat, über Pontius Pilatus und die Verurteilung des Jesus Christus, hier hebräisch Jeschua genannt. Und der, bevor dieser Roman überhaupt veröffentlicht werden konnte, erleben musste, dass die Funktionäre des Literaturbetriebs diesen Roman verhindert haben, weil er nicht in die offizielle Lesart, politische Lesart passt und sich darüber hinaus auch noch als Opfer einer Rufmordkampagne sehen muss. Dieser Meister ist die eine Ausnahme und die andere Ausnahme ist eben Margarita, seine Geliebte, die für ihn kämpft, für sein Werk kämpft und auch ihm unentwegt beisteht. Das sind die beiden Ausnahmen. Die eigentliche Hauptfigur dieses Romans und das ist die Figur, die all diese 33 Kapitel wie ein roter Faden zusammenhält. Das ist der Teufel höchstpersönlich, der Satan, der Professor der Magie, Wohland mit Namen. Er steht im Zentrum dieses Geschehens. Aber selbst von Menschen, die diesen Roman gelesen haben, werde ich dann doch immer wieder gefragt, ja aber um was letztendlich geht es denn jetzt eigentlich so richtig zusammengefasst in diesem Buch? Diese verschiedenen Ebenen, das ist klar, da ist die Liebesgeschichte der Meister und Margarita, da ist diese surreale Ebene mit dem Satan und da ist eben dieser Roman im Roman mit Pontius Pilatus und Jesus. Und da kann ich nur sagen, es geht in diesem Roman ganz zeitlos und völlig unabhängig, ob wir uns in Russland oder sonst irgendwo auf der Welt befinden, um die Freiheit oder Unfreiheit unseres Denkens, um die Freiheit oder Unfreiheit unseres Handelns. Es geht um unser Gewissen und um die Frage, nach welchen Kriterien wir erkennen, was gut ist oder böse ist und dann im weiteren Schritt, wie wir davon ausgehend uns letztendlich entscheiden. Ob in dem Sinne des Guten, was wir erkannt haben, oder im Sinne des Schlechten. Beispiel Pontius Pilatus innerhalb dieses Romans im Roman, das heißt in dem Roman, den der Meister geschrieben hat. Ihm wird, oder so erleben wir es bei diesem römischen Prokurator von Judäa, er zeigt sich durchaus beeindruckt von diesem Angeklagten Jesus, beziehungsweise hebräisch Jeshua. Er erkennt, dass dieser Mensch friedliebend ist, dass dieser Mensch keine Schuld trägt. Gleichwohl verurteilt er ihn zum Tode, weil er nach den Vorgaben des römischen Machtapparats im Sinne des Kaisers Tiberius es als die opportune Entscheidung ansieht. Mit dieser Entscheidung muss er dann weiterhin weiterleben. Man kann sich vorstellen oder dürfte sich die Frage stellen, wie sich Pontius Pilatus in diesem Urteil entschieden haben würde, wenn ihm auch nur annähernd klar geworden wäre oder wenn er gewusst hätte, wie berühmt dieser sogenannte Jeshua mal werden würde und wie schlecht er Pontius Pilatus in der Presse dastehen würde und nicht nur für ein paar Tage, sondern 2000 Jahre lang, wie er sich dann entschieden haben würde. Das dürfte einen mal interessieren, aber genau darum geht dieser Roman und genau das war auch der Ausgangspunkt für Jörg Hölle, als er sich dieser Oper annäherte, nämlich das Thema von Macht und Schuld und natürlich letztendlich dann auch für uns alle die Frage der Vergebung. Dabei ist nicht einfach nur die Frage, ob wir jemandem vergeben, sondern wir selbst dürfen uns in diesem Pontius Pilatus durchaus auch wiedererkennen in vielen möglichen Situationen des Lebens. Keiner ist nur gut und nur böse und jeder gerät in Situationen, wo er sich selbst vielleicht nicht wiedererkennen würde. Wir werden heute von Helge Heinold das 13. Kapitel dieses Romans gelesen bekommen. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht hilfreich, wenn ich ein paar Hilfestellungen gebe von Personen, die da erwähnt werden, die eben schon vorher aufgetaucht sind. Denn dieses 13. Kapitel weist noch einmal zurück in die Anfangskapitel, das erste bis dritte nämlich und insofern versuche ich das kurz zu skizzieren. Der Satan, der Teufel höchstpersönlich, genannt Wohland, kommt nach Moskau. Und zwar geht es darum, dass alljährlich, immer an Karfreitag, ein sogenannter Satansball stattfindet. Ein Ball, ein großes orgiastisches Fest, bei dem dieser Satan nicht nur Vampire und Hexen, sondern auch ehemalige Giftmischer, Mörder, Diktatoren, also die schlimmsten Verbrecher und die skurrilsten, blutigsten Gestalten zusammenführt. Im Zuge dieser Vorbereitungen für das Fest, das eben in diesem Jahr, an Karfreitag, diesmal in Moskau stattfinden soll, mischt Wohland gemeinsam mit einem skurrilen Trüppchen von Leuten, darunter seine Gehilfen, Korofjev, der vampirhafte Assasello, der mit menschlichen Zügen ausgestattete Kater Behemoth. Gemeinsam mit diesen mischt er in Begegnungen mit den Bürgern Moskaus diese Stadt kräftig auf. Das heißt, er setzt diesen Bürgern jeweils derart zu, treibt einen solch absurden Schabernack-Spuk-Ulk mit ihnen, dass sie sich letztendlich aufs Übelste als äußerst schäbige Zeitgenossen entlarvt sehen müssen. Und das ist so schlimm, dass sie selber ihr Trauma, das sie aus der Begegnung mit Wohland gewinnen, in einer psychiatrischen Anstalt ausleben müssen. Das heißt, diese psychiatrische Anstalt füllt sich so allmählich mit Menschen, die nun mal zufälligerweise gerade zufällig diesem Wohland beziehungsweise irgendwem von seinem Trüppchen ausgesetzt waren. Ja, das füllt sich in diesem Zusammenhang. Jetzt kurze Replik. Ja, Wohland wird im Übrigen bei der Vorbereitung dieses Satansballs dann letztendlich auch auf Margarita stoßen, denn es ist sozusagen Motto des Romans, dass alljährlich eine Frau diesem Satansball vorstehen muss, als Ballkönigin, die Margarita heißt. Also so wie das Gretchen im Faust. Und so trifft Wohland in dem Jahr auf jene Margarita, die da gerade ja um ihren Geliebten trauert, weil der ist verschwunden. Sie weiß nicht, wo er ist. Sie würde ihn gern finden. Sie würde ihn gern retten. Sie geht diesen Pakt mit dem Wohland ein. Sie wird Ballkönigin, einfach weil sie sich davon verspricht, ihn vielleicht finden und dann retten zu können. Das entwickelt sich so im Laufe dieser weiteren Kapitel. In diesem ersten Kapitel jedoch trifft Wohland an einem sehr schönen, beschaulichen Platz, nämlich am Patriarchenteich Boulevard in Moskau. Das ist ein schönes Parkgelände direkt an der Großen Ringstraße in Moskau auf einer Parkbank. Da trifft er auf zwei Vertreter der Literaturszene. Der eine hat den schönen, klingenden Namen Berlioz. Er ist Redakteur einer Kunstzeitschrift und zugleich Vorsitzender des Schriftstellerverbands, etwa 40 Jahre alt. Das heißt, ein sehr arrivierter und saturierter Vertreter des Kulturbetriebs. Und der andere, das ist ein junger Lyriker, Ivan Nikolaevich, genannt Vesdomni, ein Lyriker, der schlechte Lyrik schreibt. Die beiden trifft Wohland im Gespräch an, und zwar im Gespräch über ein Gedicht, in dem es um Jesus Christus gehen sollte. Und sie diskutieren gerade darüber, ob in diesem Gedicht auch ausreichend zum Ausdruck gekommen sei, dass es Jesus Christus natürlich nie gegeben habe und dass es natürlich auch Gott nie gegeben hat. Und in dieses Gespräch fühlt sich der Teufel höchstpersönlich berufen einzugreifen, denn wenn jemand behauptet, denn Gott habe es nicht gegeben, dann heißt das, den Teufel hat es auch nicht gegeben, also muss er sich ja einschalten. Und so führt er diesen beiden, dem saturierten Berlioz und dem jungen Lyriker Vesdomni, der schlechte Lyrik schreibt, eine Vision vor Augen, ein Szenarium, das innerhalb des Romans ein eigenes Kapitel einnimmt und das auch in der Oper vorkommt, wo man die Verurteilung, das Gespräch des Pontius Pilatus mit dem angeklagten Jesus Christus miterleben kann. Ein Gespräch, bei dem der Teufel Wohland behauptet, selbst dabei gewesen zu sein. Zurück am Patriarchenteich-Bulvar zeigt sich Berlioz uneinsichtig. Er glaubt es immer noch nicht, er will es nicht wahrhaben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und quasi, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen, nämlich davon, dass es eine höhere Macht gibt, prophezeit der Teufel Wohland diesem Berlioz, noch am selben Tag werde er zu Tode kommen, und zwar dadurch, dass sein Kopf vom Rumpf getrennt werde. Das passiert dann auch prompt, denn dieser Berlioz läuft in seiner Aufregung in eine Straßenbahn, die seinen Kopf abtrennt. Damit hat sich die Prophezeiung des Teufels erfüllt. Und der Lyriker Bestomni, der Zeuge dieses Vorfalls geworden wird, der darf sich gewissermaßen fast als bekehrt plötzlich ansehen, denn nun muss er einsehen, da ist offenbar ein Mensch, der ist eigentlich wie der Satan. Und das Ganze reibt ihn derartig auf, dass er über kurz oder lang auch in jener psychiatrischen Anstalt landet, der ein Psychiater mit dem schönen Namen Stravinsky vorsteht. Und so kommen wir nun endlich zu Kapitel 13, wo nämlich dieser Lyriker Bestomni traurig sein Patientendasein fristet und nun auf den Meister trifft. Jenen Meister, der sich nach einer Nervenkrise, einem Nervenzusammenbruch selbst in diese Anstalt hat einweisen lassen, wo ja auch sonst immer wieder Opfer Wohlands eingewiesen werden. Und das Gespräch im Zusammenhang auch mit Pontius Pilatus, das bekommen wir nun dankenswerterweise von Helge Heinold zu Gehör gebracht. Dankeschön. Der Auftritt des Helden Der Unbekannte mit erhobenem Zeigefinger flüsterte Ivan nahm die Beine aus dem Bett und sah etwas genauer hin. Vom Balkon blickte achtsam irgendein Mann herein. Rasiert, dunkle Haare, spitze Nase, besorgte Augen. Eine wirre Haarsträhne fiel auf die Stirn, ungefähr 38. Der heimliche Gast hatte festgestellt, dass Ivan allein war, horchte wieder, wurde kühner und tat einen Schritt ins Zimmer. Dabei merkte Ivan, der Ankömmling trug Krankenhauskleidung, Unterwäsche, Latschen ohne Socken, brauner Hausmantel über die Schulter geworfen. Der Eingetretene zwinkerte Ivan zu, versteckte in der Tasche ein Schlüsselbund, fragte leise, darf ich Platz nehmen? Und ließ, auf das bejahende Nicken hin, sich in den Sessel fallen. Wie sind Sie denn hier reingekommen, sagte Ivan, dem trocken erhobenen Zeigefinger gehorchend, im Flüsterton. Die Fenstergitter sind doch verriegelt. Die Fenstergitter sind verriegelt, bestätigte Jena. Doch Braskovia Fjodorovna ist eine zwar liebe, doch zerstreute Person. Tja, so konnte ich vor einem Monat ihr ein ganzes Bund Schlüssel stibitzen und habe dadurch die Möglichkeit, auf den Gemeinschaftsbalkon zu gelangen. Der zieht sich um das gesamte Gebäude. Und von Zeit zu Zeit statte ich meinen Nachbarn kleine Besucher ab. Aber wenn Sie auf den Balkon gelangen können, haben Sie doch die Möglichkeit zu türmen, nicht wahr? Oder ist es zu hoch? fragte Ivan voll Eifer. Nein, gab der Gast entschlossen zur Antwort. Ich kann hier nicht weg. Nicht, weil es zu hoch ist, sondern weil ich nirgends hin kann. Und fügte nach einer Weile hinzu, also was jetzt? Reden wir? Von mir aus reden wir, sagte Ivan und schaute tiefer in diese dunklen und äußerst unruhigen Augen. Gut, plötzlich wurde der Mann nervös. Sie sind aber keiner von den Tobsüchtigen, oder? Es gibt nichts, was ich so verabscheue wie Lärm. Gewühl, Gewalt und dergleichen. Ganz besonders unausstehlich finde ich Schreie, ob vor Schmerz, vor Wut oder auch sonst einem Grund. Nun beruhigen Sie mich, indem Sie mir sagen, dass Sie keiner von den Tobsüchtigen sind. Gestern Abend im Restaurant habe ich einem Typen die Fresse poliert, gestand tapfer der verwandelte Ivan. Begründung, fragte unbarmherzig der Gast. Nun eigentlich ohne jede Begründung, antwortete Ivan und schämte sich. Das ist übel, verurteilte ihn der andere. Und dann diese Ausdrücke, die Fresse poliert. Tja, wer weiß schon genau, was Menschen so haben, eine Fresse oder vielleicht ein Gesicht? Ich tippe doch eher auf Letzteres. Und da kommen Sie mit Ihren Fäusten. Das muss wohl nicht sein. Also lassen Sie das, und zwar für immer. Nachdem er Ivan auf diese Weise die Leviten gelesen hatte, wollte er wissen. Ihr Beruf? Dichter, entgegnete jener ohne sonderlich große Begeisterung. Der Gast war darüber wenig erfreut. Was habe ich bloß für ein Pech, rief er aus. Doch fasste er sich wieder und bat um Entschuldigung. Wie ist denn Ihr Name? Bestomni. Auch das noch. Verzog er und verzog die Mine. Meine Fresse gefallen Ihnen wohl nicht, fragte Ivan mit Interesse. Gelinde gesagt. Welche kennen Sie denn? Ich kenne nicht einen Ihrer Fresse, äußerte der Besucher gereizt. Und wie können Sie dann sowas behaupten? Das ist kein Kunststück, sagte der Gast. Ich habe genug andere Gedichte gelesen. Es sei denn, ein Wunder wäre geschehen. Abgemacht, ich will Ihnen glauben. Also, sind Ihre Gedichte gut? Grottenschlecht, gab Ivan in einer plötzlichen Anwandlung von Ehrlichkeit bereitwillig zu. Dichten Sie nicht mehr, bat der Ankömmling, bei meinem Leben gelobte Ivan. Der Eid wurde mit einem Händedruck besiegelt. Da klangen aus dem Flur weiche Schritte und Stimmen. Zst, machte der Gast, lief zum Balkon und verschloss hinter sich die Gitter. Braskovia Fyodorovna schaute vorbei, fragte, wie es Ivan denn geht. Möchte er bei Licht oder im Dunkeln schlafen? Der Kranke bat, das Licht anzulassen. Sie wünschte Gute Nacht und verließ den Raum. Nachdem es wieder ruhig geworden war, kam der Besucher zurück. Flüsternd berichtete er Ivan. Auf Zimmer 119 wohnt jetzt ein neuer, irgend so ein dicker mit rotem Gesicht. Er murmelt ständig etwas von Dollars im Lüftungsschacht und schwört, in der Gartenstraße hatten sich böse Mächte eingenistet. Hält lauter Hass die Raden auf Pushkin, brüllt immerzu Koroles auf Bravo. Und der Gast zuckte nervös. Er fasste sich, wieder nahm Platz und sagte, doch genug von ihm, und griff das alte Gespräch mit Ivan sogleich wieder auf. Und aus welchem Grund sind Sie hier gelandet? Wegen Pontius Pilatus, antwortete jener mit einem finsteren Blick zu Boden. Was? rief der andere jede Vorsicht vergessend und hielt sich selbst die Hand vor den Mund. Ein unglaublicher Zufall. Erzählen Sie bitte. Aus irgendeinem Grunde empfand Ivan Vertrauen zu dem Unbekannten. Erst stotternd und zag taute er langsam auf und erzählte von allem, was sich gestern am Patriarchenteich zugetragen hatte. Nun, der Entwender des Schlüsselbunds erwies sich als dankbarer Zuhörer. An keiner Stelle erklärte er Ivan Nikolajewitsch für verrückt, hegte für dessen Erlebnisbericht das denkbar größte Interesse und geriet im Verlaufe dieses Berichts allmählich in helle Begeisterung. Immer wieder unterbrach er Ivan mit Zwischenrufen und weiter, weiter, ich fliehe Sie an, nur bitte lassen Sie um Gottes willen kein Detail aus. Ivan ließ auch kein Detail aus. Das half ihm während der gesamten Schilderung. So kam er langsam zu der Passage, wo Pontius Pilatus in seinem blutig umbordeten weißen Mantel die Galerie betrat. Da aber faltete der Gast die Hände wie beim Gebet und hauchte »Woher wußte ich das nur?« »Woher wußte ich das nur?« Die Beschreibung von Berlius' Tod ergänzte der Hörer mit einer geheimnisvollen Bemerkung, wobei seine Augen grimmig erglänzten. »Schade nur, dass es Berlius war. Nicht etwa der Rezensent Latunski oder vielleicht der Literat Mstislav Lavrovic. Und innig, doch lautlos rief er »Weiter!« Die Geschichte vom Kater und der Schaffnerin amüsierte den Gast über alle Maßen. Das verhaltene Lachen wirkte ihn fast als Ivan, vom Erfolg seiner Rede beflügelt, in der Hocke hüpfte, um das Katervieh mit der Münze am Schnurrbart darzustellen. Und so beendete Ivan betrübt und umdüstert seine Ausführungen über die Ereignisse im Griboyedorf »Bin ich hier gelandet.« Der Besucher legte dem Unglücklichen die Hand auf die Schulter und sagte zu ihm »Armer Dichter, aber Sie sind mein Guter, an dem, was geschehen ist, selber schuld.« Sie können mit ihm unmöglich so reden, so respektlos, schon beinahe unverschämt. Das ist die rechte Strafe dafür. Und Sie haben noch Glück. Die Geschichte ist für Sie doch relativ glimpflich ausgegangen. »Ja, aber was ist er um alles in der Welt?« fragte Ivan und schüttelte in Erregung »Beide Fäuste.« Der andere sah ihm tief in die Augen und antwortete mit einer Gegenfrage »Und Sie bleiben auch ganz bestimmt auf dem Teppich? Wir sind hier ja alle ziemlich labil. Keine Arztrufe, Spritzen und ähnliches Zeug?« »Nein, nein«, beteuerte Ivan. »Nun sagen Sie schon, wer ist dieser Mensch?« »Also gut«, sprach der Gast bedeutsam und ruhig. »Gestern Abend am Patriarchenteich begegneten Sie Satan persönlich. Wie versprochen, blieb Ivan auf dem Teppich und dennoch äußerst verblüfft. Ganz ausgeschlossen. Es gibt ihn nicht. Ach was! Gerade Sie sollten's doch wissen. Denn so wie es aussieht, waren Sie nämlich eins seiner ersten Opfer. Und jetzt sitzen Sie hier, in einer Klinik für Geistesgestörte, und reden davon, dass er nicht existiert? Das ist wirklich seltsam.« Ivan verstummte, reichlich verwirrt. »Kaum haben Sie angefangen, ihn zu beschreiben«, sprach er weiter, »da schwarnte mir bereits, mit wem Sie gestern das Vergnügen hatten.« »Und ich muss doch sehr über Berlioz staunen. Also, Sie sind als Mensch noch ganz jungfräulich.« Der Gast entschuldigte sich erneut. »Aber der, nach allem, was ich von ihm gehört habe, hat immerhin ein wenig gelesen.« »Doch schon die ersten Sätze der Rede jenes Professors genügten mir, noch den leisesten Zweifel auszuräumen.« »Wissen Sie, Freund, es ist völlig unmöglich, ihn nicht zu erkennen.« »Und was Sie betrifft, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint. Liege ich richtig mit der Annahme, dass Sie keinerlei Bildung besitzen?« »Absolut«, antwortete Ivan, der gar nicht wiederzuerkennen war. »Sehen Sie?« »Denn selbst das Gesicht, wie Sie es beschrieben haben, die verschiedenen Augen, die braunen, nichts für ungut. Ist Ihnen vielleicht selbst die Oper Faust vollkommen unbekannt?« Aus irgendeinem Grund wurde Ivan furchtbar verlegen. Mit glühendem Gesicht begann er, etwas von einer Erholungsfahrt nach Yalta zu murmeln. »Sehen Sie, sehen Sie!« »Ist doch nicht verwunderlich!« »Wogegen mich Berlioz, wie gesagt, mehr als erstaunt.« Er ist nicht nur ein belesener Mensch, sondern vor allem ein schlauer Fuchs. Doch zu seiner Ehrenrettung könnte ich sagen, dass Wohland jedem den Blick trüben kann, sogar den schlauesten. »Wie war das?« rief seinerseits Ivan. »Zst!« Er schlug sich mit der offenen Hand gegen die Stirn und keuchte. »Ja, sicher!« »Das Weh auf dem Kärtchen!« »Oh, war ja was für eine Geschichte!« Er schwieg eine Weile, sichtlich bewegt, betrachtete den Mond, der hinter dem Gitter vorüberzog und redete weiter. »Dann konnte er wirklich bei Pilatus sein.« »Ich meine, er war da schon geboren.« »Und die schimpfen mich einen Verrückten?« fügte er hinzu und zeigte ein Pürzer Tür. Eine bittere Falte legte sich um die Lippen des Gastes. »Sehen wir der Wahrheit doch mal ins Auge.« Er warnte sich dem Himmelslicht zu, das durch die nächtliche Wolke glitt. »Wir zwei sind Verrückte. Da hilft kein Leugnen.« Er hat sie erschüttert und sie sind durchgetritt. Vermutlich waren sie für so etwas empfänglich. Und doch ist alles, was sie erzählen, reine Realität. Freilich derart fantastisch, dass selbst ein Stravinsky heißt, ein begnadeter Psychiater ihnen keinen Glauben schenkt. »Er hat sie doch untersucht, nicht wahr?« Ivan nickte. Seien Sie versichert, Ihr Gesprächspartner hat einst Pilatus besucht, mit Kant gefrühstückt und ist jetzt hier, bei uns in Moskau. »Weiß der Teufel, was der hier noch alles anstellt? Irgendwie müsste man ihn doch stoppen.« Er hob, wenn auch wenig überzeugend, im neuen Ivan der Alte, noch nicht endgültig ausgetilgte Ivan sein Haupt. »Sie haben's versucht und das reicht fürs Erste,« sagte ironisch der fremde Mann. »Auch allen anderen empfehle ich, schleunigst die Finger davon zu lassen. Und dass er was anstellt, da können Sie Gift darauf nehmen.« »Ach, Mensch, was mich ärgert, ist die Tatsache, dass Sie ihm begegnet sind und nicht ich.« »Mag sein, das Feuer ist längst erloschen und zur Asche verglüht.« »Und doch wäre ich bereit, für solch ein Treffen selbst Praskovia Fjodorovnas Schlüsselbund herzugeben, denn ich besitze nicht mehr als das. Dann haben wir eine Kirchenmaus. Und was wollen Sie von ihm?« Der Gast zögerte lange, nervös und traurig. Er sagte schließlich, »He nun, es ist seltsam, aber ich bin hier aus demselben Grund wie Sie, wegen Pontius Pilatus. Jetzt blickte er sich erschrocken um und erklärte, »Ich habe vor einem Jahr einen Roman über ihn geschrieben.« »Dann sind Sie ein Autor?« fragte der Dichter interessiert. Das Gesicht des anderen verdüsterte sich. Er drohte Ivan mit der Faust und sprach, »Ich bin ein Meister.« Nun wirkte er finster. Aus der Tasche des Hausmantels holte er ein vollkommen speckig gewordenes schwarzes Mützchen heraus. Darauf prangte in Seide ein gelbes M. Dieses Mützchen setzte er auf und zeigte sich von der Seite, von vorne, nur um Ivan zu beweisen, dass er ein Meister ist. »Sie hat es mit ihren eigenen Händen für mich genäht,« raunte er. »Wie ist denn Ihr Name?« »Ich habe keinen Namen mehr,« erwiderte voll grimmiger Verachtung der seltsame Gast. »Ich habe mich davon losgesagt. Wie auch von allem sonst im Leben. Vergessen wir ihn.« »Dann erzählen Sie doch wenigstens von Ihrem Roman,« bat Ivan Delicat. »Wenn Sie unbedingt wollen.« »Mein Leben hat sich einigermaßen gewöhnlich entwickelt,« begann er. Studierter Historiker hatte er bis vor zwei Jahren in einem der vielen Moskauer Museen gearbeitet, darüber hinaus auch übersetzt. »Und aus welcher Sprache?« fragte Ivan voll Neugier. »Ich beherrsche neben der Muttersprache noch fünf weitere, Englisch, Französisch, Deutsch, Latein und Griechisch. Na gut, Italienisch reicht mir zum Lesen.« »Nicht übel,« flüsterte Ivan neidisch. Doch der Historiker war ganz einsam gewesen, ohne Verwandte, fast ohne Freunde, und hatte, man stelle sich das mal vor, eines Tages hunderttausend Rubel gewonnen. »Sie können sich denken, wie sehr ich staunte,« flüsterte der Gast im schwarzen Mützchen, als ich den Korb für schmutzige Wäsche hineingriff und sah, dieselbe Nummer wie in der Zeitung. »Die Obligationen«, erklärte er, »bekamen wir über das Museum.« Nach dem Gewinn von hunderttausend Rubeln tat der geheimnisvolle Gast wie folgt. Er kaufte sich Bücher, es gab sein Zimmerchen in der Jasnitzkaja auf. »Ein grausames Loch,« knurrte er, und mietete bei einem Bauherrn zwei Räume im Keller eines kleinen Gartenhauses. Das Gässchen lag in der Nähe vom Arbat. Den Dienst im Museum quittierte er und begann die Arbeit an dem Roman über Pontius Pilatus. »Ach, es war das goldene Zeitalter,« flüsterte er und seine Augen glänzten. »Ein vollkommen isoliertes Nest, dazu eine Diele und dann ein Becken mit Wasser,« unterstrich er, offenbar ganz besonders stolz. »Ein paar Fensterchen direkt über dem Gehsteig, der vom Gartentor zu mir führte. Gegenüber nur vier Schritte entfernt am Zaun Flieder, Linde und Ahorn. Ach, ach, ach. Im Winter sah ich draußen gelegentlich irgendwessen schwarze Füße und hörte darunter knisternden Schnee. In meinem Ofen brannte ewig das Feuer und plötzlich war's Frühling. Durch die trüben Scheiben erblickte ich erst nackte, dann sich mit grün bekleidende Fliederbüsche und da, das heißt, im letzten Frühjahr, geschah etwas sehr viel Großartigeres als der Geldgewinn. Und Sie müssen zugeben, Hunderttausend sind schon ein hübsches Sümmchen. In der Tat, stimmte Ivan zu, der ihm aufmerksam lauschte. Ich hatte das Fenster geöffnet und saß im zweiten Zimmer. Alles ganz winzig. Er begann mit den Armen die Anordnung zu zeigen. Also hier stand die Couch, auf der anderen Seite die zweite Couch, dazwischen der Tisch mit dem schönsten Lämpchen. Näher zum Fenster hin standen Bücher und hier mein kleines zierliches Schreibpult. Im ersten Zimmer ein riesiges Zimmer, 14 Quadratmeter, Bücher, Bücher und der Ofen. Einfach perfekt eingerichtet. Wie duftet der Flieder? Und mein Kopf wurde leicht von all der Erschöpfung und Pilatus sauste dem Ende zu. Das weiße Gewand blutig umbordet. Ja, ich verstehe, rief Ivan. Eben, eben. Pilatus sauste dem Ende zu. Ich kannte schon die letzten Worte meines Romans. Der fünfte Stadthalter von Judäa. Der Reiter Pontius Pilatus. Nun, selbstverständlich ging ich spazieren. Hunderttausend. Ein hübsches Sümmchen. Und ich hatte einen prächtigen Anzug. Oder ich setzte mich zum Mittag in irgendein billiges Restaurant. Ja, am Arbat. Da gab es früher mal ein fantastisches Restaurant. Ich weiß nicht, ob es noch existiert. Der Gast sperrte die Augen weit auf und sprach weiter, wobei er zum Mond hinschaute. Sie trug in den Händen ekelhafte, besorgniserregende, gelbe Blumen. Weiß der Teufel, wie man die nennt. Doch warum auch immer sind es die ersten, die in Moskau sprießen. Jene Blumen zeichneten sich schneidend scharf vor ihrem schwarzen Frühlingscoat ab. Sie trug gelbe Blumen. Keine gute Farbe. Von der Tverskaja aus buch sie ein in ein Nebengässchen und da plötzlich drehte sie sich um. Also die Tverskaja, die werden sie kennen. Auf der Tverskaja laufen ständig Tausende und Abertausende Passanten. Doch ich könnte schwören, sie nimmt ganz allein nur mich wahr. Und der Blick ist nein, nicht nur bekümmert, beinahe schon kränklich. Und was mich erstaunte, war nicht so sehr ihre Schönheit, als vielmehr diese einmalige, nie zuvor geschaute Einsamkeit in den Augen. Jenem gelben Zeichen gehorchend biege auch ich in das Gässchen ein, folge ihr nach. Wir gehen schweigend durch das öde und schiefe Gässchen, ich auf der einen, sie auf der anderen Seite. Dann stellen Sie sich vor, das gesamte Gässchen wie ausgestorben. Ich quäle mich, jetzt unbedingt etwas sagen, hab Angst und weiß, wenn es nicht gelingt, wenn ich kein Wort herausbekomme und sie schwindet auf nimmer Wiedersehen. Von wegen. Sie selbst beginnt das Gespräch. Und? Mögen sie meine Blumen? Ich weiß noch genau, da klingt ihre Stimme ziemlich tief und doch gebrochen. Vielleicht bin ich dumm. Doch da halt sie wieder, tönt durch die Gasse, zurückgeworfen von der dreckigen gelben Wand. Also wechsle ich schnell die Seite, gehe auf sie zu und antworte Nein. Sie blickt verwundert. Und mir wird klar, wie aus heiterem Himmel, dass ich schon immer mein Leben lang diese Frau da liebe. Einfach unglaublich. Sie können jetzt sagen, ich sei verrückt. Ich sage überhaupt nichts, rief Ivan aus und fügte hinzu, nur erzählen sie weiter. Und der Gast fuhr fort. Sie blickt verwundert. Sie blickt und fragt, mögen sie etwa gar keine Blumen? mit einer Stimme irgendwie feindselig. Ich gehe daneben bemüht, Schritt zu halten, fühle mich aber zu meiner Verblüffung kein bisschen beklommen. Doch, ich mag Blumen. Nur nicht solche, sage ich. Welche denn? Rosen? Schon bedauere ich, es gesagt zu haben. Sie lächelt verschämt, wirft den Strauß in die Gosse. Ein wenig verlegen hebe ich ihn auf, sie aber schmunzelt und schiebt ihn von sich. Nun muss ich ihn tragen. So gehen wir schweigend eine Weile. Sie nimmt mir die Blumen ab, wirft sie zu Boden. Ihr Arm, im schwarzen Handschuh mit Stulpe, hakt sich auf einmal bei mir ein. Und wir laufen zusammen. Und weiter bat Ivan nur nichts auslassen. Und weiter erwiderte der Besucher. Ich meine, Sie können sich gewiss denken, was weiter war. Da wischte er sich mit dem rechten Ärmel eine plötzliche Träne aus dem Auge. Und ganz niederschmetternd. So niederschmetternd wie ein Blitz. So niederschmetternd ist ein finnisches Messer. Sie selbst übrigens bestritt das später. Wir hätten uns nämlich schon lange geliebt, bloß ohne einander zu sehen und zu kennen. Denn sie lebte mit einem anderen zusammen und ich mit dieser wie hieß sie doch glatt. Mit wem? fragte Bestomni. Mit dieser nah, mit dieser nah, sagte der Gast und schnippte mit den Fingern. Sie waren verheiratet? Ja, darum schnippe ich ja, mit dieser war ja, Mann ja, nein, war ja, jedenfalls in so gestreiftem Kleid, ne, die im Museum, ich weiß nicht mehr. Nun, sie behauptete, sie wäre damals mit den gelben Blumen in der Hand aus dem Haus gegangen, damit ich sie finde. Wenn nicht, dann hätte sie Gift geschluckt, denn ihr Leben sei sinnlos. Ja, die Liebe hat uns augenblicklich niedergeschmettert. Ich wusste es noch am selben Tag, eine Stunde später, als wir gemeinsam für bemerkten die Stadt nicht, an der Kremlmauer, am Moskwa-Kai standen. Wir unterhielten uns, als wären wir gestern erst auseinandergegangen, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Wir beschlossen, wir sehen uns morgen wieder, an derselben Stelle, am Moskwa-Fluss, und wir sahen uns wieder. Die Maisonne leuchtete, und schon bald, schon bald wurde diese Frau zu meiner heimlichen Lebensgefährtin. Sie besuchte mich jeden Tag, und ich erwartete sie schon vom frühen Morgen an. Diese Erwartung drückte sich darin aus, dass ich Sachen auf dem Tisch hin und her bewegte. Zehn Minuten bevor sie kam, setzte ich mich ans Fenster und lauschte, ob nicht das alte Gartentor ruckte, und wie sonderbar vor unserer Begegnung war selten jemand, oder besser gesagt nie jemand in den Hof gekommen. Doch jetzt strebte die ganze Stadt hierher. Kaum ruckt das Tor, kaum ruckt das Herz, schon erscheinen direkt vor meinem Gesicht unbedingt jemandes schmutzige Stiefel, ein Messerschleifer. Was das Herz ruckte ruckte mir vorher schon mindestens zehnmal, ehrlich. Und dann, wenn ihre Stunde kam, Punkt zwölf Uhr mittags, hörte es gar nicht aufzupochen, bis ohne Geräusche beinahe ganz lautlos sich dem Fenster zwei Damenschuhe nahten, schwarze lederne Schleifen eingezwängt in stehlerne Schnallen. Manchmal neckte sie mich und blieb vor dem zweiten Fenster stehen, klopfte mit der Schuhspitze gegen die Glasscheibe. Flugs stand auch ich an diesem Fenster, doch der Schuh war fort. Die schwarze Seide, die das Licht verschleiert hatte, war fort. Und ich ging die Tür aufzuschließen. Niemand wusste von unserer Beziehung, das schwöre ich ihnen, obwohl es das eigentlich niemals gibt, weder ihr Mann noch die Bekannten. In dem alten Gartenhaus, in dem ich die Kellerräume hat man's natürlich schon gewusst, hat man natürlich schon gesehen, dass mich eine Frau besucht. Doch ihren Namen kannte man nicht. Wer ist sie überhaupt? fragte Ivan im höchsten Maße von der Liebesgeschichte eingenommen. Der Gast machte darauf eine Geste, die besagte, dass er es niemandem nie verrät und setzte seine Erzählung fort. Da hörte Ivan, dass der Meister und die Unbekannte sich ineinander verliebten, dass sie schier unzertrennlich wurden. Er war mit den beiden Kellerräumen des Häuschens bereits bestens vertraut. Ewige Dämmerung wegen des Flieders und der Umzäunung, rote abgeriebene Möbel, ein Sekretär, darauf eine Uhr, die jede halbe Stunde läutete und Bücher, Bücher, vom gestrichenen Fußboden an bis unter die rusige Zimmerdecke und der Ofen. Ivan erfuhr, dass der Besucher und dessen heimliche Lebensgefährtin schon in den ersten Tagen ihrer Beziehung zu dem Schluss gelangten, dass sie an der Ecke der Tverskaya und jener Gasse von niemand anderem als vom Schicksal selbst zusammengeführt worden waren und in alle Ewigkeit füreinander geschaffen sind. Ivan erfuhr aus der Schilderung des Gastes vom Tagesablauf der beiden Verliebten. Sie kam herein und band sich als erstes einen Schurz um, zündete auf dem Holztisch in der engen Diele, dort wo sich das Becken befand, auf das der arme Kranke so stolz war, einen Petroleumkocher an, machte Frühstück und servierte es auf dem ovalen Tisch im ersten Zimmer. Die Maistürme wüteten, das Wasser strömte, mit lautem Geräusch durch die Toreinfahrt an den halber blindeten Fenstern vorbei, drohend noch die letzte Zuflucht zu fluten, da heizten die Liebenden ihren Ofen und Briten Kartoffeln. Es dampfte stark, die schwarzen Schalen verschmutzten die Finger, aus dem Keller erklangen Gelächter, die Bäume im Garten entledigten sich nach dem Regen der gebrochenen Zweige und weißen Blüten. Die Es begann ein schwüler Sommer und in der Vase zeigten sich seit langem erwartete und von beiden innig geliebte Rosen. Derjenige, der sich als Meister ausgab, arbeitete fieberhaft an seinem Roman und dieser Roman schlug auch ganz und gar die Unbekannte in Bann. Ab und zu wurde sie eifersüchtig, verriet der vom Mondbalkon angekommene nächtliche Besucher. Jawohl, eifersüchtig auf ihn. Sie kahlte sich ihre schlanken Finger mit den scharf geschliffenen Nägeln ins Haar und las das Geschriebene ununterbrochen und nähte daraufhin an diesem Mützchen. Manchmal hockte sie vor den unteren Reihen der Regale oder sie stand auf dem Stuhl vor den oberen und wischte dort mit dem Lappen hunderte von verstoppten Buchrücken. Sie verhieß ihm Ruhm, sie spornte ihn an und nannte ihn von da an nur noch Meister. Voller Ungeduld wartete sie auf die letzten bereits versprochenen Worte des Buchs mit dem fünften Stadthalter von Judäa, deklamierte laut einzelne Sätze, die ihr besonders gut gefielen, sagte, in diesem Roman sei ihr Leben. Er wurde im August zu Ende geschrieben. Ein Fräulein tippte ihn fünffach ab und nun galt es, den heimlichen Zufluchtsort zu verlassen und in die Welt zu treten. Und ich trat in die Welt mit ihm in der Hand und da war meine Welt für immer zerbrochen, wisperte der Meister, ließ den Kopf hängen und noch lange schwankte das schwermütige schwarze Mützchen mit dem gelben M. Er führte seine Rede fort, doch sie wirkte recht unzusammenhängend nur eins war aus all dem klar zu verstehen, dass ich damals etwas Tragisches ereignet hatte. Zum ersten Mal landete ich im Literaturbetrieb, aber jetzt, wo alles längst vorbei ist und mein Scheitern für alle offenbar, erinnere ich mich daran mit Schaudern, flüsterte er feierlich und hob seinen Arm, in der Tat, er hat mich zutiefst erstaunt, oh ja, in der Tat, zutiefst, wer denn, hauchte Ivan, kaum hörbar, um den aufgewühlten Erzähler bloß nicht zu unterbrechen, na der Redakteur, ich sagte es doch, der Redakteur, jawohl, er hatte ihn durchgelesen, sah mich so an, als wäre mein Gesicht angeschwollen, schielte zur Seite, kicherte verschämt, drückte grundlos das Typoskript in den Händen und krächzte. Die Fragen, die er mir stellte, erschienen mir wie der reinste Wahnsinn. Ohne auf den Inhalt einzugehen, wollte er wissen, wer ich denn sei, woher ich komme, seit wann ich schreibe, warum ihn der Name so gar nicht sagt und schließlich diese aus meiner Sicht känzlich idiotische Frage, wer hat es mir in den Kopf gesetzt, einen Roman mit derart seltsamen Thema zu Papier zu bringen? Bald war ich in Leid und fragte direkt, wollen Sie es drucken oder wollen Sie nicht? Er wurde unruhig, murmelte etwas und meinte, er könnte die Angelegenheit nicht im Alleingang entscheiden. Auch andere Mitglieder des Redaktionskollegiums müssten mit dem Werk vertraut werden, namentlich die Rezensenten Latunski und Ariman, sowohl der Literat Lavrovic. Er bat mich, in zwei Wochen wiederzukommen. Also kam ich zwei Wochen später wieder und wurde von irgendeinem Weib empfangen, mit Augen, die vom ständigen Lügen zur Nase hinschielten. Das ist Labschonikova, die Redaktionssekretärin, sagte mit leisen Schmunzeln Ivan, der die Welt, die sein Gast so wütend beschrieb, nur zu gut kannte. Mag sein, versetzte Jena, von ihr bekam ich nun den Roman zurück, mit fettigen Flecken und ziemlich zerfleddert. Sie war bemüht, mir möglichst nicht direkt in die Augen zu sehen. Labschonikova erklärte, die Redaktion wäre bereits für die nächsten zwei Jahre mit Material zugedeckt, weshalb sich die Frage der Publikation meines Omans, wie sie sagte, erübrige. Was fällt mir dazu noch ein, drummte der Meister und rieb sich die Schläfe. Ach ja, herabgewehte rote Blüten auf der Titelseite und dann noch die Augen meiner Freundin. Ja, diese Augen fallen mir ein. Die Erzählung von Ivans Gast wurde immer verworrener. Immer größere Lücken taten sich auf. Er redete etwas vom schiefen Regen, von der Verzweiflung im Keller Asyl, davon, dass er noch woanders gewesen war. Im Flüsterton schrie er, dass er ihr, die ihn zum Kampf angestachelt hatte, für nichts die Schuld gibt. Oh nein, nein, für nichts! Und weiter geschah, wie Ivana vor etwas Urplötzliches und Erschreckendes, Eines Tages schlug unser Held die Zeitung auf und er blickte mitten darin einen Essay des Rezensenten Ariman mit dem Titel Der Feind aus dem Hinterhalt. Dort warnte Ariman jeden und jede, dass er unser Held den Versuch unternimmt, in die gedruckte Literatur eine Rechtfertigung Jesu Christi einzuschmuggeln. Ich weiß, ich weiß, rief Ivan aus, nur ihren Namen habe ich vergessen. Ich sage doch, lassen wir meinen Namen. Es gibt ihn nicht mehr, erwiderte der Gast. Was liegt schon daran? Am übernächsten Tag fand sich in einer anderen Zeitung ein weiterer Artikel geschrieben, vom Literaten Lavrovich. Der Autor empfahl, auf das Pilatentum einzuschlagen, mit aller Macht und auch auf diesen Ikonenmaler, dem es einfiel, dasselbige, wieder einmal jener furchtbarer Ausdruck, in die gedruckte Literatur einschmuggeln zu wollen. Von dem unerhörten Begriff Pilatentum wie vor den Kopf gestoßen, lasse ich nun eine dritte Zeitung. Sie enthielt zwei Artikel, einen von Latunski, den anderen von einem gewissen M.S. Eins steht fest, das Geschreibsel von Ariman und Lavrovich erschien im Vergleich mit dem von Latunski geradezu als eine Bagatelle. Es reicht zu sagen, dass ich sein Text der militante Beetbruder nannte. Vertieft in das Lesen über mich selbst, bemerkte ich nicht, wie sie vor mich trat. Ich hatte die Tür zu schließen vergessen. In den Händen ein nasser Regenschirm und ebenso nasse Zeitungen. Ihre Augen schleuderten feurige Blitze, ihre Arme zuckten und waren eiskalt. Als erstes begann sie mich abzuküssen. Dann sprach sie heiser und mit der Faust auf die Tischplatte klopfend, ich werde Latunski vergiften. Ivan krächzte nur etwas konfus, aber sagte nichts. Und dann diese langen freudlosen Tage. Der Roman war fertig, es gab nichts zu tun. Was blieb uns anderes, als auf den Teppich neben dem Ofen zu sitzen und ins Feuer zu starren? Doch jetzt trennten wir uns häufiger. Sie ging spazieren. Und bei mir geschah etwas Kurioses, wie ja, nicht selten in meinem Leben. Auf einmal hatte ich einen Freund. Ist das auszudenken? Ich, der ich so menschenscheu bin? Es gehört zu meinen Besonderheiten. Ich meide die Leute, bin öfter misstrauisch und voller Argwohn. Und bei all dem schafft es plötzlich jemand, der überhaupt nicht vorgesehen war und dazu noch aussieht wie sonst was, mir unbedingt ins Gemüt zu dringen. Ausgerechnet der gefällt mir am meisten. In dieser gottverdammten Zeit wurde das Türchen unseres Gartens aufgemacht. Ich weiß noch genau, ein angenehmer sonniger Tag. Sie war nicht daheim. Durch das Türchen trat ein Mann herein, marschierte ins Haus, um irgendetwas mit dem Bauherrn zu klären, kam zurück in den Garten, schloss mit mir ungewöhnlich schnelle Bekanntschaft. Er sagte, er sei ein Journalist und gefiel mir so sehr, dass ich ihn auch jetzt noch, man stelle sich das vor, bisweilen vermisse. Je länger, desto mehr. Er besuchte mich von da an. Ich erfuhr, er ist ledig, wohnt in der Nähe, in einer ganz ähnlichen kleinen Wohnung, die ihm viel zu eng ist und so weiter. Doch er bat mich nie um Gegenbesuch. Meine Lebensgefährtin fand ihn im höchsten Maße abstoßend. Ich verteidigte ihn. Und sie sagte mir, tu, was du willst, nur sage ich, dieser Mensch macht auf mich den schlechtesten Eindruck. Ich lachte laut. Aber womit hatte er mich eigentlich angezogen? Ist es nicht so, dass ein Mensch ohne Geheimfächer in seinem Schrank ziemlich fade ist? Nun, Aloysius, ich vergaß zu erwähnen, dass mein neuer Bekannte Aloysius Mogaric hieß, besaß ein solches Geheimfach im Schrank. Noch nie hatte ich einen getroffen und werde auch niemals einen treffen, der so klug war wie Aloysius. Begriff ich in einem Zeitungsartikel irgendwelche Feinheiten nicht, erklärte er sie mir buchstäblich im Nu, ohne dass ihn eine solche Erklärung die geringste Mühe gekostet hätte. Und auch bei den Belangen und Fragen des Lebens doch nicht genug. Am meisten nahm ich etwas anderes für ihn ein, seine grenzenlose Liebe zur Literatur. Er wurde nicht ruhig, bis er endlich meinen Roman zu lesen bekam und verschlang ihn von der ersten bis zur letzten Seite. Über seine Lektüre äußerte er sich im Übrigen sehr, sehr schmeichelhaft. Was ihn nicht davon abhielt, mir in allen Details fast so, als wäre er dabei gewesen, die Bemerkungen des Redakteurs den Roman betreffend wiederzugeben und in hundert von hundert Fällen traf er mitten ins Schwarze. Darüber hinaus gelang es ihm, und zwar mit unfehlbarer Präzision, deren Unfehlbarkeit ich gleich einsah, mir klarzumachen, aus welchem Grund mein Roman nicht veröffentlicht werden konnte. Er sagte es mir gerade heraus, das und das Kapitel wird nicht gehen. Die Flut von Artikeln hörte nicht auf. Über die ersten von ihnen lachte ich, aber je häufiger sie erschienen, umso stärker veränderte sich meine Einstellung ihnen gegenüber. Die nächste Stufe war Staunen. Etwas auf seltene Art Verlogenes und Schwammiges klebte an jeder Zeile, trotz ihres harschen und sicheren Tons. Ich wurde die leise Ahnung nicht los, dass die Autoren all dieser Kritiken schrieben, was sie nicht schreiben wollten und dass ihr Zorn auch nur daher rührt. Schließlich die dritte und letzte Stufe Angst. Nein, nicht Angst vor diesen Essays, verstehen sie, sondern vor ganz, ganz anderen Dingen, die weder mit ihnen noch mit dem Roman auch nur das geringste zu tun haben. So bekam ich Angst vor der Dunkelheit. Kurzum eine Phase psychischen Krankseins. oft besonders während des Einnickens krabbelte ein kalter elastischer Krake mit seinen Fühlern direkt an mein Herz. Ich konnte nur noch bei Licht einschlafen. meine Geliebte hatte sich sehr verändert. Vom Kraken sagte ich ihr kein Wort, doch sie merkte, dass etwas mit mir nicht stimmte. Sie wurde blasser, hagerer, lachte kaum, bat mich immer nur um Vergebung für ihr drängen zur Publikation. Sie sagte, lass alles stehen und liegen, fahrens Schwarze Meer und gib für die Reise den Rest des Geldes aus, das von den Hunderttausend noch blieb. Sie war hartnäckig und um Streit zu vermeiden, irgendwas gab mir zu verstehen, dass die Reise ans Schwarze Meer nicht stattfinden würde, versprach ich ihr, schon bald zu tun. Da wollte sie selbst das Ticket buchen. Ich nahm all mein Geld an die Zehntausend Rubel und gab es ihr. Und warum so viel, fragte sie verblüfft? Ich sagte ihr etwas in der Art, dass ich Angst vor Dieben und Einbrechern hätte. Sie sollte es bis zu meiner Fahrt für mich aufbewahren. Dann nahm sie das Geld, legte es ins Täschchen, küßte mich, sagte mir, es ist leichter zu sterben, als dich in solch einem Zustand allein zu lassen. Doch sie werde erwartet und beuge sich der Notwendigkeit. Aber am nächsten Morgen käme sie wieder. Sie flehte mich an, nichts zu fürchten. Es geschah in der Dämmerung, Mitte Oktober. Sie ging, ich legte mich auf die Couch, schlief ein, ohne das Licht anzumachen. Ich wachte auf, denn der Krake war da. Nur mit äußerster Mühe gelang es mir, im Dunkeln den Schalter zu ertasten. Laut Taschenuhr war es zwei. Ich hatte mich als kränkelnder hingelegt und erwachte als vollends kranker. Gleich wird die herbstliche Finsternis die Fenster zerdrücken, ins Zimmer strömen und ich ertrinke darin wie in tiefschwarzer Tinte. Ich erhob mich, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Ich schrei auf. Gleich renne ich zu jemandem hin, egal zu wem und sei es mein Bauherr oben im Haus. Ich kämpfte mit mir wie ein Übergeschnappter. Ich schaffte es noch eben zum Ofen zu kriechen und ihn anzuheizen. Als die Holzscheite knackten und die Ofentür klirrte, fühlte ich mich wohler. Ich stürzte zur Diele, machte mir Licht, fand eine Flasche Weißwein, entkorkte sie und trank den Inhalt direkt aus dem Hals. Das stumpfte die Angst ein wenig ab. Jedenfalls rannte und kehrte zum Ofen zurück. Ich öffnete das Türchen, sodass die Glut mir Gesicht und Hände versenkte und flüsterte, nun merke doch, wie mir geschieht. Bitte komm, bitte komm, bitte komm. Aber es kam niemand. Im Ofen dröhnte das Feuer, gegen die Fenster peitschte der Regen. Und da war es zu Ende. Ich entnahm dem Pult die wuchtigen Hefte mit meinem Roman, samt allen Skizzen, und machte mich daran, sie zu verbrennen. Das ist sehr schwierig, denn beschriebenes Papier verbrennt nicht gern. Mit die Nägel brechend zerriss ich die Blätter, platzierte sie aufrecht zwischen den Scheiten und half kräftig mit dem Schuhacken nach. Manchmal erwies sich die Asche als stärker und erstickte die Flamme, doch ich kämpfte mit ihr, und der Roman gab langsam seinen harten Widerstand auf und starb dahin. Vertraute Wörter erstrahlten vor mir, das Gelb stieg beharrlich die Seiten hoch, doch die Wörter schienen selbst da noch hindurch. Sie verschwanden erst, als das Papier schwarz wurde, und ich ihnen mit dem Schürhaken wütend. den Rest gab. Applaus Dankeschön den beiden Akteuren. Ich kann nur sagen, es war großartig, diese Einführung und den Text dazu. Ich glaube, wir alle sind angetan, freuen uns auf die Oper und lesen das Buch. Denn es ist einmal. Man muss es mehrmals lesen. Man muss es mehrmals lesen. Ich habe es ja vor Jahren gelesen und jetzt ist es für mich ganz neu, es zu hören. Es auch anders zu hören, wie selbst zu lesen. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken und bin gespannt auf die Oper. Ihnen noch einen schönen Abend und Dankeschön. Applaus Es ist toll, da. Es ist toll, da.